Hallo, hier ist Samachi von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für die Zeiten 27.04.2021 und unser DAX, der versucht uns weiter davon überzeugen, dass er hier ganz stark ist, aber so richtig Leistung sieht man trotzdem nicht. Also er bemüht sich, er setzt sich in Szene, aber viel haben wir nicht verlangt. Wenn wir an das Video von gestern zurückdenken, haben wir gesagt, 3.35, da schön drüber, 3.50, sich einfach von oben da drauf etablieren, das wäre ein Zeichen von Stärke, das würde ich gerne sehen wollen, andernfalls könnte ich mir vorstellen, dass er unter 2.70 dann halt durchaus auch seinen Kickdown bekommen kann. So die 2.70 haben wir unten nochmal ausgelotet, letztendlich eigentlich genau das gleiche gemacht wie am Freitag, haben wir deutlich nach unten geschossen, sind wieder zurückgekommen. Ähm, pfff, können wir aber jetzt nicht so, also wäre jetzt verkehrt, wenn wir da jetzt sagen, na das ist jetzt aber total bullisch gewesen, ähm, wenn wir am Freitag bei genau dem gleichen Bewegungsbild gesagt haben, das war aber eigentlich eher nicht so gut, ähm, könnte hier noch nach unten, äh, nachwehen zeigen. Und, äh, ja, so müssen wir es letztendlich auch wehen, also, äh, werten, nicht wehen. Ich würde hier weiter dabei bleiben, also, wenn der unter 2.70 wegrutscht, 2.30 macht, drunter macht, die 1.80 wieder unterbietet, dann ist der schnell bei einer 15.1.10 wieder, ist schnell auch bei einer 15.30, 15.000. Von daher würde ich jetzt hier noch nicht, also, es fällt mir schwer hier ein bisschen, ihn jetzt hier, pfff, nach oben rauszudichten, das ist für mich immer noch, das ist neutral, das ist auch immer in der gleichen Zone, eigentlich, eigentlich brauche ich es gar nicht, ihr könnt eigentlich genau das gleiche Video von gestern anhören, halt, ne, ähm, es hat sich an der Situation nichts geändert, wir sind wieder knapp am Eröffnungsniveau reingekommen, das ist wie am Freitag gewesen, da war die Tageskerze, glaube ich, sogar leicht rot, ähm, hier ist die Tageskerze jetzt diesmal leicht grün, aber auch noch um ganz, 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 ganz wenige Punkte, aber mir fehlt halt oben raus mal ein bisschen Ansage, mal ein bisschen Stärke einfach halt, ne, nur auf der Stelle treten, das ist für mich keine Stärke, insbesondere wenn die Vorwoche schwach war, ähm, das hat für mich dann eher Potenzial, dass er dann hinten raus irgendwann anfängt wegzukippen halt, ne, wenn er, guckt mal, wie die Bewegung abflacht hier halt, ne, so ein kleines Hoch, das würde vielleicht sogar noch einpassen in die 3,50, und wenn der da aber, wenn der da Sporen kriegt, und die treten den dann nach unten, also, ich will sehen, dass der sich stabil jetzt nach oben schiebt, dann gerne long, ja, aber so wie er steht, ich bin da noch nach unten geöffnet, ne, und von daher wäre es jetzt verkehrt, wenn ich euch irgendwas anderes erzähle, wir haben exakt die gleiche Situation im Tagesschart, äh, auch im, auch im, auch im, auch im Stundenchart hier, wie wir das gestern im Video gehabt haben halt, ne, und, ähm, nur, dass es sich Zeit lässt, ist in einer Erholung nicht unbedingt jetzt ein Zeichen von Stärke halt, ne, weil die Dynamik hat die Abwärtsbewegung bestimmt, das war Dynamik, wenn wir jetzt hoch zu, unheimlich langsam vorankommen, und eigentlich kaum neue Hochs zustande kriegen, und da echt Zeit verdütteln, dann kommt irgendwann hiervon noch ein zweiter Schub, ne, und der schiebt uns dann durchaus in, das, in so einen Bereich rein hier halt, ne, und, äh, von daher, ähm, kann ich das, kann, kann ich meinem, also kann ich eigentlich das nur widerspiegeln, was wir gestern gesagt haben, unter 2,70 ist ein bisschen gefährdet, wegzurutschen, 2,30, die haben wir jetzt gesehen zum, zum Montag schon mal, wenn er da noch drunter geht, dann kommt die 1,80, und mit jedem, mit jeder Unterstützung, die er jetzt rausnimmt, wird er nach unten raus, dann weiche halt, ne, ähm, hier hat er jetzt erst mal die erste vorgefühlt, aber er ist halt danach auch nicht oben wieder rausgekommen, ist einfach wieder in seine kleine, ähm, Widerstandszone rein hier, die wichtig war, die 2,70, 3,35, und da haben wir noch kein richtiges Signal bekommen, das sagt ganz gut da nach raus, wie als würde er eins nach unten setzen, aber das wollte er nicht, haben wir auch zu träge, haben wir auch in Mails geschrieben, ne, die, die früh hier die Updates von uns dann noch kriegen, oder über den Tag, haben wir auch geschrieben, der ist zu ruhig, könnte mir eher vorstellen, dass er bei 2,30 erstmal fertig wird, den Rest dann später macht, ne, aber für meinen Geschmack ist er dann auch wieder zu hoch zurückgekommen, also hätte er sich dann so um 2,70 rum zurechtgelegt und wäre dann am Abend nochmal runtergetreten, dann hätte ich gesagt, jetzt kann man langsam einen Short draufklopfen, aber so ist es halt einfach noch, das ist noch Geschiebe halt, ne, das ist noch kein Signal, weder oben noch unten, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, von daher, kann ich euch nur so mitgeben, wie gesagt, das sind meine Punkte, auf die ich unten achte, oben ist die 3,35, 3,50, wenn wir sehen, der ist da stabil und der drückt sich da schön drüber und der bleibt da auch drüber, ne, also das sieht man zum Beispiel, wenn er von oben dann auf den Bereich immer wieder draufsetzt und sich nach oben abstößt mit kräftigen, schönen, potenten, grünen Kerzen, ne, nicht sowas hier, ja, nicht sowas hier, richtig Muggis zeigt, wenn er richtig Muggis zeigt, dann gerne long, ja, dann gehe ich da gerne long, aber so wie der steht momentan, würde ich hier durchaus noch nachwehen, aus diesem letzte Woche Abverkauf einplanen, ja, durchaus, durchaus, und sobald er sich dann unten aus dem Band rauslehnt, dann kann er, hat er Raum für Übertreibung halt, ne, vielleicht macht er es auch erst am Mittwoch sogar, vielleicht am Dienstag noch ein bisschen vorlegen, wenn er unten raus will halt, ne, ähm, also sich das am Dienstag vielleicht vorlegt, vielleicht sogar oben einfach ein paar Shorts noch rausnimmt, einfach hier mal kurz drüberhackt, ne, ähm, da einfach ein paar Shorts ausdünnt und dann hat er, hält er es nach unten raus leichter, ähm, dass er das vorbereitet, dann vielleicht Tagesschluss unter 270, und wenn er sowas macht, ne, hier rein 335, 350, dann wieder runter, Tagesschluss unter 270, dann ist eigentlich ein guter Indikator dafür, dass der Mittwoch dann runtergeht, ne, bleibt er hier drüber, Tagesschluss auch über 350, also das wäre dann long, ne, also es fällt und steht mit dem Bereich, brauchen wir nicht mehr drüber erzählen, ähm, same, same wie gestern, ne, von naja, wünsche euch viel Erfolg morgen, drücke euch Daumen, dass ihr ein paar Punkte rausgezogen kriegt und der jetzt nicht hier auf der Stelle stehen bleibt und uns hier noch 3 Wochen auf der, auf der, auf der Stelle rumtanzt, das ist ja letztendlich die gleiche Range, wie wir hier schon vor ein paar Tagen hatten mal, ähm, Anfang April leicht drüber, leicht drüber, aber nicht hier, von daher, ähm, sowas auch prädestiniert dafür, halt, zum Rangen, ne, ähm, von daher hoffe ich nicht, dass er jetzt hier noch ein paar Wochen stehen bleibt, aber es kommt auch bald der Mai, ne, sell and mine, go away, das kennt auch der eine oder andere, auch wenn ich persönlich sagen muss, dass meistens gar nicht so richtig im Mai der Abgang ist, ne, oft ist es noch, dass noch ein Juni hochkommt über dem Mai und dann erst wegschmiert in den Sommer rein, aber wenn er vorher schon ein bisschen angerissen bekommt, das noch nach unten, aber da müsste die Woche echt noch was passieren, wir haben schon 26. 27. Da, naja, gut, da hat er doch schon 5 Tage jetzt hier noch, 4 Tage, hätte er noch Zeit, um sich ein bisschen vorzubereiten, also wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal, wir bleiben erst mal, ich bleibe erst mal mit Fokus auf dem Bereich hier, und ich denke, ihr könnt schon noch eine, eine Nachwehr einfach kommen von dem, was wir letzte Woche gesehen haben, technisch spricht bisher auch mehr dafür als dagegen, ja, auch wenn er sich noch sträubt nach unten, aber er kommt halt auch nicht oben raus, halt, ne, das ist, das muss man immer gegeneinander legen, ne, nur nach unten, nicht fallen ist, das ist wie, wie zu werten, mit oben, ne, man muss es ins Verhältnis setzen, man muss zweitens ins Verhältnis setzen, und deswegen, dann wäre es hier oben halt positiv und negativ, wenn er das verlässt, na, aber die Bereiche bleiben gleich, insofern, kennt ihr alles, habt ihr, haben wir jetzt 1000 Mal durchgesprochen, viel Erfolg und bis morgen wieder, ciao. Vielen Dank.